Oh scheiße, Ruffy braucht Hilfe, Ruffy braucht Hilfe! So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Volke, sozusagen. Ähm, ich hab mir gedacht, bis ich mir überlegt hab, wie ich das mit Infamous weitergehen soll, denn ich hab ja zwar aufgenommen, aber das Problem war, der Ton war nicht vorhanden. Also, muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das mache, denn es hat gespeichert und ist da wie jetzt im Arsch. Ähm, deswegen hab ich gedacht, ich als Alta One Piece Fan zock mal dieses schöne Pirate Warriors 3. Habt natürlich das Spielchen von der Ewigkeit durchgezockt, hab auch schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich denke, Insel des erneuten Aufbruchs ist ganz gut, das passt auch insgesamt die Situation. Nehmen wir dies, ähm, jetzt zog ich mir einen aus, Nehmen wir Ruffy oder Zorro oder Nami oder Lizop. Ah, das ist schon, ist eigentlich ganz geil gemacht, ich feiere es ohne Ende, wenn ich die Steuerung noch drauf hab. Ich nehme mal Zorro, einfach mein Lieblingstyp. Man kann sogar das Outfit ändern, da, ja, seht ihr, da, ne? Das ist aber Odi und so weiter. Ähm, ich denke aber, da erneuter Aufbruch ist, nehme ich natürlich die neue Welt. Ist logisch. Ähm, und dann fangen wir einfach mal an. Ziehen uns das Ganze hier rein. Ja, Aufzeichnungsspiel ist passiert, weil du eine blockierte Szene betreten hast. Wunderbar. Ähm, Nami, na, da, 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 da. Oh, schon Piran kann ich, yeah. Alles klar, letztes Kapitel, bis zu deins, die Insel des erneuten Aufbruchs. Ja, gut, also das ist natürlich aufgebaut, wie Dynasty Warriors, deshalb auch Pirate Warriors. Ähm, ich bin da unten im Eck und muss da oben zu Frangy und so weiter und so fort. Ja. Trifft sich mit der Kuh und lege mit der 1000 Sunny ab. Alles klar. Stroh, flieh, oder nördliche Bucht wird eingenommen. Das ist verloren, das ist ja scheiße. Trifft sich mit der Kuh und suche die 1000 Sunny auf. Yeah, alles klar. Ähm, Kampfvorbereitung, war da irgendwas? Münden verwenden? Äh, automatisch? Nö, alles gut. Ähm, dann würde ich sagen, Kampfbeginn. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt noch drauf habe jetzt. Steuerungmäßig. Yeah, yeah, yeah. Ja, auf geht's. Kommt her, ihr dreckigen Marinepenner. Ja. Ho. Wollt ihr noch mehr, hä? Wollt ihr noch mehr? Ja. Jihau. Das dem nicht schwindelig wird, ist immer wieder ein Wunder, ne? Huah. Er ist aber schon ein Ultra-Typ, ne? Ich sage mal, guck, was war denn eigentlich eine super Attacke? Komm mal einer her. Komm mal ein bisschen in die Nähe. Aha, ja, okay. Oh, yeah. Tada. Weiter geht's. Alles klar, ist natürlich eine coole Sache. Oh, Raffi unterstützt mich tatkräftig, da ich ihn als Partner im Torn habe. Ja, 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 gut. Äh, was mache ich hier eigentlich? Ich habe gerade keinen beklassen Dunst, was ich hier eigentlich streibe. Ah, die östliche Küste einnehmen. Natürlich ganz cool, Territorium ist eingenommen. Die anderen haben Schiss, seht ihr da? Da, hm? Alter, die haben keine Angst. Die kleinen Hundesöhne, habt gefälligst Angst, wenn ich da bin. Gut. Dann, jo. Genau, so war das nochmal extra Sprinten und so. Ja. Ja. Jetzt geht's ab, Leute. Was ist angenommen? So schnell kann's gehen. Macht mir die Tore auf. Werde verfolgt. Wo, 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 wo. Chopper. Du kleiner Penner, wo bist du? Was macht doch eigentlich bitte Perona hier? Was zum... Ja. Ah. Mal anvisieren, damit das Ganze ein bisschen besser klappt. Ja, 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 ja. Yeah. Gib mir eine drauf. Zeig, was du kannst. Warum lebt die Alte noch? Zack. Ah, jetzt ist es bei mir. Ah, ähm, wo ist eigentlich Zorro? Ich hab dir gerade eine reingesonnert. Warum fragst du, wo ich bin? Hallo? Yeah. Der Tornado. Zack. Zack. Die Attacke ist natürlich der Ultra-Burner, weil du kannst einfach sauweit fliegen damit. Zack. Das war Rajamon und das war der Phönix. Doch mal. Das ist eigentlich auch ganz cool. Bam, 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 bam. Gucken, ob ich das nochmal hinbekommen. Das war, glaube ich, zweimal Y-Zilon. Beziehungsweise, was heißt Y-Zilon? Das ist ja die Playstation. Das ist ja gar keine Xbox. Ja, genau so. Bam. Fum. Yeah. Das ist einfach der Wahnsinn. Wenn ihr das Spiel noch nicht habt, müsst ihr euch das mal kaufen. Das hat was. Muss man echt so sagen. Gut. Ähm, dann kämpfen wir uns weiter voraus. Genau, Chopper. Tun wir die Leute anvisieren. Da vorne wieder der Baden-Kommandant. Oder Cosmodant. Nein. Kommandant natürlich. Bald ist, äh, Raffys Anzeige komplett voll. Das ist dann noch schöner. Warum ist jetzt schon wieder das, äh, ja. Warum, warum? Ich habe momentan ein paar technische Probleme. Bedeutet bei mir, habe ich das schöne Glück, dass wir ab und zu auf einmal das scheiß, ähm, ähm, Bild von meiner Playstation am Bildschirm verschwindet. Warum auch immer. Ich glaube, das HDMI-Kabel hat einen verschissenen Wackelkontakt. Ich müsste es mal austauschen. Okay, jetzt mit R2 können wir so eine super Attacke starten dann. Aber warten wir erstmal, bis wir da oben angekommen sind. Und alles wieder cool ist. Ja. Hi Frankie. Ja, ja. Trifst du wieder cool, Susi? Ja, okay. Alles klar. Gut. Jetzt war ich da, habe sich aber nichts getan. Wieder klasse. Ähm. Das wäre die Sto-Hol-Pirer nach was. Erzähl nichts. Wie komme ich dort drauf? Ihr mei? Jung, jung. Komm, stirbt alle. Ja, ich habe euch. Ich weiß nicht, muss noch ein bisschen mehr ausprobieren. Zack. Boom. Das ist auch cool. Yeah, 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 yeah. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich mache schon mal eine Mission, so vom Anfang, wo Zorro noch so ein ganz kleiner Bubi ist. Wo noch nicht so übelst die Hardcore-Attacken hier rumfliegen. Was ist, Spaki oder so? Ich bin auch ganz witzig. Wobei, das ist jetzt, ähm, wie man vielleicht, falls jemand vorhin aufgepasst hat, sehr gut. Das ist, ähm, nicht der legenden Lock. Das ist, ähm, ja. Verdammter Scheiß, ist das auch voll hier? Menschenskinder, ich sehe gar nichts. Ähm. Das ist der freie Lock. Was bedeutet, ich kann hier jeden Charakter nehmen, den ich möchte. Ha, das ist natürlich auch sehr cool. Und schon wieder ist das Bild weg. Ich glaube, so langsam mein Schwein pfeift. Was geht hier ab? Kann mir irgendjemand sagen, was hier eigentlich abgeht? Uhuhu, uhuhu. Uhuhu, uhuhu. Ja, ja, ja. So. Jetzt haben wir ein Problem. Ich sehe nichts. Ich bin blind, Leute. Ich bin blind. Ich muss mal das HDMI-Kabel, glaube ich, mal etwas austauschen hier. Denn es ist einfach jetzt gerade sehr, sehr... Ich, ähm, erzähle jetzt gerade mit euch und sehe hier überhaupt nichts. Deshalb renne ich auch ein bisschen orientierungslos durch die Gegend. Und muss eigentlich nur hoffen, dass ich da irgendwo ein bisschen... Ich klopfe einfach mal ein bisschen auf den Tasten rum, wenn das nicht versucht, das hier zu reparieren. Ah, am besten mache ich mal kurzer Cut. So, und mache jetzt hier weiter. Ähm, jetzt sehe ich nämlich wieder was. Sehr nervig. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, könnte sein, dass die Folge vielleicht ein klein wenig kürzer ausfällt. Warum klopfe ich mich eigentlich nur rum? Ich habe hier doch schon alles eingenommen. Ähm, tut ich schon der Kuh? Ja, immer noch mit der Kuh treffen. Ähm, muss ich da lang, da lang, da lang, da lang. Gut, gut, gut. Ich möchte auch mal da hinten die Dinger einnehmen, verdammt. Am besten renne ich mal da hoch. Weil ich glaube, da oben haben wir ein Torwächter. Dann könnte ich da rein das einnehmen. So, am besten zeige ich euch jetzt mal die schöne Super-Power-Attack-Bah. Yeah. Rofi ist an meiner Seite. Ja. Ja. Alter. Wieder in der Aufzeichen sehen. Hey, Frankie, was für ein krasser Körper. Die Sonne hat auch... Ja, das klappt. Oh, es gibt da was, das ihr wissen sollt. Das Schiff ist unbescharrt. Ja, ja, ja. Ja, das wissen wir alle, ne. Das war der liebe Bär. Ja, ja. Ich will weiter machen. Das interessiert mich die Story. So. So. Klasse. Ähm. Natürlich bin ich jetzt da in dem Scheiß-Modus drin und die Tür ist noch nicht auf. Jetzt ist er auf, sie ist auf, jawohl. Dein, 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 dein. Ja. Jetzt kommt ein schöner Attacke mit Rofi zusammen. Haben wir ein paar Leute Platz gemacht. Ja. Ein wenig einsammeln. Gibt her. Gut. So. Ähm. Ja. Ganz schön, ne. Wir sind... Walter, wir sind noch im Ostverschritten. Oh mein Gott. So. Sanji ist aufgetaucht. Yeah, Sanji ist da. Sanji. Sanji, du alte Schmalzlocke. Komm mal her. Ah genau, ich hab hier mein Kopftuch voll aufgezogen. So, mit Kopftuch oder ohne, komm mal mit. Das hat natürlich Style. Ja, genau. So. Dumm, 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 dumm. Zack. Da vorne ist Sanji und da hat ein Pazifista. Lasst den Pazifista platt machen. Ah, schon wieder in der Szene. Was interessiert mich? Ja, das ist Hancock. Hancock, Gott sei Dank. Ja, ja, das ist schön. Klasse, schön. Sanji ist deprimiert. Ja, ja, das ist gut. Alles klar. Toll. Jetzt hab ich natürlich nicht die Powerattacke, sondern nur eine kleine. Bats. Aber trotzdem hat's fast gereicht. Erlebt irgendwie blöderweise noch. Der Pazifista, komm her. Jetzt hat man eine. Pazifista ist down, er ist down. So, was wollt ihr alle von mir? Warum steht ihr wieder dumm im Weg rum? Lasst mich doch fällig mal durch. Bam. Huo. Nehmt dieses südliche Stadtgebiet ein. Ist zwar, glaube ich, gar nicht meine Mission. Aber ja. Hopp. Hopp. Wadda. Lasst mich durch. Ja, ein wenig. Ja, das, das. Da freut sich das Wort Peaceherz. Gleich hab ich's eingenommen. Gleich hab ich's. Es ist meins. Es ist meins. Ja, die Leute sind versteinert. Dank Hancock. So, gut. Alles klar. Huh? Was mit Sanji? Lass mich mal durch. So. Ähm. Jetzt gehen wir da hinten mal helfen. Da seh ich nämlich auch schon wieder ein paar kleine, dreckige Arschzi. Statt die auf mich warten. Hier. Na, habt ihr auch schön gewartet. So, jetzt seid ihr dran. Da, 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 da. Kommt hier. Ich hoffe, ich hab euch alle gleich. Gleich auch für euch. Gleich seid ihr platt hier. Auktionsplatz. Was für eine Auktion. Ah stimmt. Menschenhandel war hier. So. Dann gab es Sklavenhandel war das hier. Boom. Ja. Hab, badab. Der Turm angenommen. Schöne Sache. So, weiter geht's. Auf zum nächsten. Ja, gegnerische Piratenmannschaft. Ey, Bastarde. Jawohl. Sehen wir wieder ein wenig stinkig. Ja, aber jetzt geht's ab. Immer schön auf die Schnauze. Ja. Gut. Ähm, wo sind wir da? Am besten da hoch. Da haben wir noch ein gegnerisches Star. Oh, scheiße. Unser Territorium wird... Oh, scheiße. Ruffy braucht Hilfe. Ruffy braucht Hilfe. Komm, lass uns einen letzten Schlag machen. Nein, letzten. So, na Ruffy. Geht's jetzt wieder besser? So. Komm her, du kleiner, dreckiger Pender. So, das war's. Blöder, verschissener Marine-Kapitän. Ich mach euch alle Blut. Piraten-Kapitän ist aufgetaucht. Was interessiert mich? Piraten-Kapitän? Ich bin... Nein. Ruffy ist der Kapitän, der, der rumspringt. Übrigens total stinkig. Ähm, ja. Kann das sein, dass da irgendwie unser Lager ein bisschen attackiert wird? Naja, Frankie, was geht ab? Ähm. Huh, was haben wir da? Oh, cool. Hilft Robin auf dem Weg, verhindert, dass Sanji zu stein wird? Ah, scheiße. Das ist so eine Mission, die ist sau schwer, weil Sanji wird so oft zu stein. Gut. Ich tippe mal darauf, ähm, dass da hinten irgendwo die Robin ist. Ja, wusste ich doch. Alles klar. Kommt jemand schön her. Ja. Ja. Schön, Robin, renn du einfach nur weg. Verdammt, nochmal. Was geht mit dir ab? Bleib doch mal da. Kämpf wie ein Mann. Ähm. Wie ein Strähhut. Wie ein Strähhut. So, komm. Lauf, Robin. Lauf. Wo guckst du dich um? Du sollst laufen. Da geht lang, hier. Genau. Komm, mein Kopf durchweg. Kleine Herausforderung hier. Was, die Gegner an die Basis hingenommen? Das geht ihm auch gar nicht. Ich frag mich echt, wo Robin jetzt eigentlich gerade wieder rumsprintet. Die rennt jetzt wieder da unten lang. Hier wird es doch viel schneller gehen. So. Achtung, Frankie, lass mich mal durch. Ich hab gehört, da hinten wäre eine Basis angenommen worden. Huah. Ciao. Takada. So. Ähm. Da ist er. Der alte, verschissene Basiskommandant. Da-da-da-da-da. Basis. Gut. Ist jetzt meine? Meine. Alles klar. So. Ähm. Das ist aber schön. Ah, Sanji ist glaub ich da unten zu Stein. Äh. Geworden, wahrscheinlich. Ich muss wieder da runter rennen. Das ist echt, ähm. Übrigens ein sehr, sehr langwierig. So wie es aussieht, bringe ich dann das nächste Mal erst wieder eine, ähm. Folge, wo ich so einen kleinen Kampf von früher mache, sozusagen. Denn irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl. Warte. Kann ich hier nicht springen, warum kann ich hier nicht springen? Oh, scheiße. Ja, ein bisschen, ja, Tuck ins Leere bringen. Keiner hat was. Oh, scheiße. Das ist Ruffy. Was macht's Ruffy da? So, ähm, Sanji, 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 Sanji. Los, Ruffy. Auf zum Schiff. Wir müssen hier weg. Alter, wo rennst du hin, Junge? Da oben geht's hoch, Junge. Mensch jetzt. Alter, bist du, bist, bist, bist behindert, oder so? Hier geht's lang, Junge. Hier geht's lang, Junge. Hier geht's lang, Junge. Hier geht's lang. Ach so, ich bin erschienen. Das ist aber toll, dass ich jetzt gerade erst erschienen bin. Warum bin ich jetzt ein Echin, verdammte Kacke? Jetzt bin ich dann ganz da unten. Toll, jetzt gehen wir da mal runter und, ähm, zeigen mir selbst, wie das Ganze funktioniert. So. Aber ihr kriegt jetzt erstmal schöne Packung. Gut. So, alles klar. Ähm, weiter geht's. Chopper ist raus. Warum ist Chopper raus? Ah, die Saunen, Sanji, Fad ist da runter. Gut. Irgendwann, fängt mir auf dem Weg und suche den Treffpunkt am anderen Ufer auf. Ja. Gut. Wer ist da? Wer ist da? Ah, da bin ich. Super schön. Ähm, ja. Das ist irgendwie nicht sehr realistisch, meine lieben Freunde. Gut. Gut. Ähm, wow, yeah. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ordentlich auf die Kasse. Ja, gut. Eigentlich hätte ich noch Sanji auswählen müssen. Yeah. Zack. Wow. Immer schön durchfressen durch die Menschenmacht. Zack. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. Alter. So, und jetzt tun wir noch mal das Ganze etwas aussieben hier. Mit hier von Raffi. Schön. Das ist eine schöne Sache. So, geht mal alles her da. Und du, was willst du, du hässlicher, dreckiger Knopf, du? Bleib mir vom Leib. Jawohl. Yeah. So muss das sein. Immer schön drauf. Kloppen ohne Ende. Zack. Bing. Das ist cool. Das ist cool. Das ist eigentlich sehr, sehr simpel, das Spiel, falls ihr euch es mal holen wollt. Was? Was geht hier ab? Was machst du so ein hässliches Gesicht, Junge? Ich zeig dir mal, was ein hässliches Gesicht ist. Pass mal auf. Hahaha. Bats. So. Das war's schon wieder. Gut. Alles klar, Leute. Wir sind hier langsam am Ende der Mission angelangt, hoffe ich doch mal. Es ist halt doch schon eine sehr, sehr lange Mission immer. Ist mir damals, als ich das gezockt habe, schon aufgefallen, dass sie ewig brauchen, bis man mal vorwärtskommt hier. Da. Was ist das mal? Marinekommandant. Ihr werdet mich nicht los. Ja. Da, da. Und jetzt kommt wieder der Wirbel. Der Wirbel, oder auch Panther Strike genannt. Am Pro Wirbel. Ich hab einen Wirbel in der Haare. Ihr müsst' ich mal entfernen lassen. So. So. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Jetzt ist mal das. Gut, jetzt kommt da oben noch jemand. Kommt her. Ich hab euch alle lieb. Alter. Du elender Penner. Du hast mich grad geschlagen. Ich glaub's geht ab. So, jetzt haben wir ordentlich die Kasse möbliert. So. Schön. Alles klar. Gut. Ich muss mal da hochgehen. Ähm, da oben. Alter. Das ist das im Übrigen jetzt ganz hässliche Bastarde mit ihrem komischen Schulterschutz. Was die da mit wollen. Hab ich keinen drassen Dunst. Die denken, die wären cool, ne? Aber ganz ehrlich, findet ihr, dass sowas cool aussieht? Nein. Bestimmt nicht. So. Oh, Pro. Servus. Ähm. Komm her, Piratenkapitän. Ich mach dich blöd. So. Ja. Alles klar, Pro. Pro. Lauf, Pro. Lauf. Alter, was geht hier ab? Dam, 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 dam. Pro. Du sollst nicht chillen, du sollst laufen, Alter. Lauf, Junge, lauf. Wo ist nicht klar, das kann ich renne. Weiter geht's. Weiter runter. Was zum Schatzereignis? Uh. Was zum Schatzereignis? Ähm, was machst du da? Was vor uns zum Mission zu behindern? Natürlich. Achso. Ja. Ja, ja, ja. Also, mein Rückzug. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich brauch Gegner, ich brauch Gegner. Kein Rückzug hier. Kampfflug. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Fahrwärts, immer weiter. Uh, scheiß, wo renne ich noch rum? Oh, eine Basis. Nein, scheiß drauf. Wir müssen den jetzt mal nach runter bringen. Ansonsten dauert es wieder Ewigkeiten hier, bis wir noch mit euch gekämpft haben. Oh Mann, oh Mann, das ist echt der absolute Wahnsinn. Hopp, Fall. So. Eine neue Basis zum Einnehmen. Wow, wie kommt der gerade hergeslidet? So, jetzt zeige ich euch mal. Kuckuck. Ja, 80 Leute auf einmal, so muss die Geschichte schlafen. Ja, 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 ja. Ist klar, du machst nächstes noch. Gut, nein, ähm, nehmen wir gerade Brook mit dazu. Schön, gell, hier, 400 Barry, oh mein Gott, ich bin reich. So, auch je, schon wieder Brook angegriffen. Und das ist echt eine, ähm, abartig lange Macherei hier. Aber ich finde es ganz geil, ne? Ist halt nur schade, dass ich zwischendrin nicht wechseln kann, glaube ich. Zwar noch nie probiert. Aber ja, Fluchtversuch, was? Alter, lasst mich durch, ihr Bastarde. Ich muss zu Brook. Brook. Autsch. Alles klar. Bam. Zack, jetzt haben wir alle gar auf einmal. Also, alle, alle drei zusammen. Und jetzt kommt die Attacke von allen drei zusammen. Ein Schwertstil. Gum, gum. Und Ekaki Uta, was auch immer das bedeutet. Baaat. So. Na, wo ist ein Platz? Oh, hier ist es. Zug ist beendet hier. Mit Geld. Zack, zack. Tada. Bam. Gut. So, Brook, du rennst hoffentlich weiter Richtung. Ach, du Scheiße. Es rennt ja auch noch genau in das feindliche Lager rein. Da weiß nicht mehr, was du sagen sollst. So, alle auf dem Weg. Schon wieder aufgetaucht. Ja, den Typ mache ich jetzt Blatt. Äh, da sollen wir mal einen Weg kommen. Bist du das? Bist du der Bastard? So, jetzt zeige ich mal, was du kannst. Einfach mal auf. Jetzt kommt nämlich doch mal. Gefühlt, geschwungene Schwert. So. Wollt ihr immer noch auf die Schnauze, oder wat? Und du? Da. Ordentlich eine Abreibung gegeben. Zack, zack. Du, 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 du. So. So, jetzt muss ich hier die Kacke schnell einnehmen. Ähm. Blo. Oh, er hat es durchgeschafft. Das ist aber schön. Das ist aber schön für Brook. So, Brook, jetzt komm runter. Ja, 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 ja. Haben wir es jetzt bald geschafft? Yeah. Sind wir fertig? Sind wir fertig? Ja, toll. Bin auch ganz happy. So, sind wir durch. Der Funk wurde erreicht. Ja, ja, ja. Und jetzt? Ja, sie sind wieder vereint nach zwei Jahren. Ja, ja, lasst uns das tun. Ab zu sehen. Alter. Jetzt sagt nichts. Jetzt kommt auch noch diese... Jetzt kommt wirklich auch noch der hässliche, fette, speckschwarische... Ähm. Was auch immer. So, auf jeden Fall. Geht jetzt mal. Hören Sie sich wieder die Kassen mobiliert. Oh, ein paar Pazifisten, das ist doch schön. So, aus dem Weg. Huuuuh. So. Einer weniger. Ah. Dieser kleine Penner. Jetzt sagt nicht, der weicht auch noch aus. Der... Das sagt, nee, ich hab ne Wicht. Gut. Wo ist eigentlich dieser Sendomaru? Ah, da ist er ja. Boah. Jetzt werde ich wieder stinkig. Action. Action angesagt. Gib ihnen drauf. Komm schon. Komm, komm, komm. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich. Alle. Ja. So. Und jetzt geht ab. Hm. Ha. Und noch. Yeah. Ja. Schön wegge... Basht. Ja, ja, ja. Alter. Oh nein, stimmt. Ach du Scheiße, die Mission ist ja übelst lang. Fällt mir jetzt grad wieder auf. Alter, ist das krass. Okay. Okay, ähm, sie ist definitiv zu lang eigentlich. Wie ich jetzt grad wieder festgestellt hab. Ähm. Das Problem, das wir jetzt alle gar hier wahrscheinlich gleich haben werden, ist, dass ich einfach nicht mehr klarkomme. Ja, kaputt ist er. Ja, kaputt ist er. Sie. 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 Ich bin der King. Ich bin der Case. Ich bin der Chef. Hey, sie da. Ein Zorro. Ja, ich bin cool. Alter. Ich bin der. Ich guck mir echt vor wie... Wie so ein, äh, Twin Stranger, hab ich das Gefühl. Oh mein Gott, ich hab meinen Twin Stranger gefunden. Äh, das ist mir schon klar. Toll, jetzt wisst ihr alle, dass ich einfach gezockt hab und so abgesagt hab. Hahaha. Ähm, ja. Alles klar, ähm, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich fand's ziemlich lang. Ähm, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's guten Tau drei. Tschüss.